Hier präsentieren wir die 5 besten Gehörschütze Test. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. 3 M-Pilter Kit Kapsel Gehörschutz Der Gehörschutz für Pilter Kit dämpft hohe Scheibhegel effektiv auf ein unschädliches Niveau ab, ohne dich komplett von der Umgebung abzuschirmen. Die bequemen Kapseln im Pilter Kit Gehörschutz haben ein flaches Profil ohne hervorstehende Teile. Die breiten, schaumstoffgefüllten Dichtungsringe sorgen für einen sanften Anpressdruck und ein angenehmes Tragen. Der Pilter Kit ist zertifiziert und für Kinder bis zu 7 Jahren geeignet. Bei Nummer 4. Honuveli Hauatlid Kapsel Gehörschutz Der Hauatlid Honuveli Impact Sport Kapsel Gehörschutz hat einen Dämpft von 25 Dezibel. Das gibt dir die Information, dass leise Umgebungsgeräusche auf sichere 82 Dezibel verstärkt werden. Der Impact Sport ermöglicht dir durch diese Funktion ein Richtungshirn. Als Richtungshirn wird in der Medizin und Biologie die Fähigkeit, die räumliche Herkunft akustischer Signale zu erkennen bezeichnet. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3. Senna Music Pro Ohrstöpsel Der Senna Music Pro wird in einem schicken Aluminiumbehälter, in dem sich die beiden Ohrstöpsel befinden, geliefert. Der Behälter kann mit Hilfe der Schlaufe am Schlüsselbund oder der Hose befestigt werden. Somit kannst du die Ohrstöpsel jederzeit verstauen, sodass diese vor Verschmutzung geschützt sind. Der Senna Music Pro ist speziell für Musiker, sowie Konzertbesucher entwickelt worden. Die Membranfilter sind so aufgebaut, dass die Umgebungsgeräusche abgemildert werden, ohne ein dumpfes Blockieren der Stimmen. Somit wird das volle Spektrum der Töne beibehalten. Unterhaltungen oder Musikbundes steht somit nichts im Wege. Kurz vor unsere Liste auf Platz 2. Im Pilter Optime 3 Kapsel Gehörschützer Dieses Produkt zeichnet sich durch eine hohe Dämmung, besonders bei niederfrequentem Schall und in besonderen Anwendungen mit extremen Lärmpägen aus. Der Pilter Optime 3 Kapsel Gehörschützer ist mit einem Kopfbügel, Nackenbügel oder einer Hörnbefestigung erhältlich. Bei richtiger Auswahl und optimalem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem Lärmpägel ab 85 Dezibel und lauten Geräuschen. Und kommen in eins unserer Liste. 3M Pilter SportTag Gehörschütz Der Pilter SportTag zeichnet sich durch seine einzigartige digitale Technologie aus. Durch eine dynamische Regelung der Außengeräusche, dämpft er den schädlichen Schallpegel zuverlässig. Währenddessen sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar bei Bedarf verstärkt. Die leisenniveauabhängige Funktion verhindert dabei ein plötzliches Abschalten der Töne. Im Folgenden erfährst du, wie die Bewertungen und Meinungen des Gehörschutzes verschiedener Kunden ausgefallen sind. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video, für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.